In diesem Bild kommen wir auch in der Gewohnheit von Gott. Es zeigt, dass wir unsere Kraft aus unserem Glauben und unseren gemeinsamen Mitteln haben und dass wir dadurch passen und reifen können. Wir sind ganz verschieden und doch sind wir eine Gemeinschaft. Alle bringen sich ein und sind Teil des Ganzen. Wir sind 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 ein und sind Teil des Ganzen. Alleluia, 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 Alleluia. 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 Er hat auch gekommen mit ihr, dass ich Bankomarko gekauft habe und nicht den Billkont. Wie das dann gemacht hat, dann hat der Billkont funktioniert. Und so hat jeder von euch einen eigenen Billkont. Auch wenn es Zwillinge wären. Eine eigene Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit müsst ihr selber auch entdecken. Das ist komisch, wenn ihr sagt, wir müssen ihre Persönlichkeit entdecken. Nämlich die Talente, welche Fehligkeiten, was würde mir Freude bereiten im Leben? Was möchte ich anfangen damit? Ich nicht nur ich glücklich bin, sondern auch ein anderer glücklich ist. Denn ich will mich vergreifen. Da braucht man auch den Heiligen Geist. Und versucht auch, und das würde ich empfehlen, die sind jetzt noch neben den Gruppen, versucht auch diesen Kett rumfahren, wo ihr euch hinein und gelebt habt ein bisschen in der Gruppe und so weiter, weiter zu drehen. Glaubt ihr, Gott, den Vater der Heiligen Geist, mein Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube nicht. Glaubt ihr, Jesus ist und seine eingekommenen Sohn, unser Herr, der gewohnt ist und das Jungfrau der Liebe, der gelegentlich macht und begraben hat, und den Boden aufgestattet und zur Rechte des Vaters es ist? Ich glaube nicht. Sandra, sei besiegt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Tobias, der Friede sei mit dir. Sandra, sei besiegt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Sandra, sei besiegt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Benedikt, der Friede sei mit dir. Benedikt, sei besiegt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Glauben, Gott, haben sie besiegt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Micha, sie besiegt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Heilige Geist 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 Amen. 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 Es war wirklich toll, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns gefeiert haben, indem unser Sakrament in der Kirche geschwindet haben. Nach Ihrem Besuch bei uns in der Kirchenstunde haben wir überlegt, was wir Ihnen als Dankeschön zur Innerung uns mitgeben könnten. Und da kam es die Idee, wir könnten Ihnen noch einen Obstbaum schenken, und zwar einen ganz besonderen Obstbaum. Dieser Obstbaum steht für eine glühende Zukunft. Einen Obstgarten mit je zehn Bäuchen ermöglicht eine Familie im Senegal ein Einkommen und hilft der Umwelt. Zusätzlich zu den Bäuchen erhalten die Landwirte und Landwirte biologische Fingermitteln sowie Schulungen für verbesserte Anwendungen. Da die Früchte dieser Bäume in Senegal genossen werden können, haben wir für Sie hier in Wien Früchte von der Caritas-Werkstätte am Leben. Fröhlichen ... Zitreben ... Baüte ... Flüssig ... Zitreben ... Ich wünsche euch, dass ihr bei Selbstfreude bleibt und dass euch Gott dabei hilft, zu wachsen, zu enthalten. Alle drei haben Probe 4 gemacht. Wir haben während der Vorbereitung gemerkt, dass ihr extrem disziplitierig seid und auch sehr ordentlich. Die Gruppe war extrem lieb und hat sich viel ausgetauscht. Wir wünschen euch, dass ihr diese Eigenschaften in eurem Weiters Leben mitnimmt und bitte, bitte Löcher auf alle möglichen Menschen, alle möglichen Fragen habt. Ich wünsche euch allen viel, viel Freude auch am heutigen Tag noch in die Zukunft hinein. Natürlich mit euren Eltern, mit euren Freunden und Freunden und vor allem mit den Menschen, wo ihr Vertrauen habt, dass ihr Vertrauen verdient. Musik Applaus 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 Applaus